Bei uns wurde danach dann sofort verkürzt und zwei Lücken, denn der Liga Fesadola ist dann schon ab Lücken 9. Hier startet jetzt Shiga Tatella auf Game On, genau, er startet hier. Und jetzt darf der Kult hier ein erstes Mal so richtig brodeln, das ist schon fast in den Schanzenrekordbereich gegangen mit unglaublichem Blum von Shiga Jena. Also das hat man hier beim Training auch noch nicht gesehen. Liebe Leute, wir haben einen neuen Schanzenrekord, 247,5 Meter Shiga Jena. Da steht die Nürnkling, da steht die Nürnkling, da steht die Nürnkling. Da schauen wir natürlich ganz genau hin, bei der Landung, wer rührt das Gesäß, der steht, ist der Versuchung unnötig, aber er tut es, ich bin der Herr. Unglaublich, du was, du was, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Die Sprungregner geben ja sonst niemand in den Boden, so ist es jetzt im Regen nur gesetzt. Das ist aber doch mal, ich glaube, dass er sich am Rechenamt den Boden berührt hat. Dann ist es inoffiziell mal der weiteste Flug hier, wenn vielleicht auch die Schanzenrekorde.